Hallo und Servus beim Vital-Tipp. Wunderst du dich auch in letzter Zeit, warum so viel Blütenstaub aneinander ist? Also der Boden ist überall gelb und das jetzt schon ein paar Wochen. Und viele sagen, also so intensiv wie jetzt war es überhaupt noch nie. Heuer blüht der Wald. Und das ist alle vier, fünf Jahre, dass der Wald blüht. Und deswegen ist so brutal viel Blütenstaub. Aber das regelt sich auch wieder für selber, weil dann regnet es halt wieder mal ein paar Tage durch und nachher ist das wieder vorbei. Die Natur braucht es jetzt. Freuen wir uns darüber. Alles was kommt, hat meine Oma immer gesagt, geht auch wieder vorbei. In dem Sinn, mach's gut, Fiatis, Servus.